So, erstmal alle hier hinschicken. Und dann schicke ich alle wieder zum Flatten. Und die füllen natürlich wieder kreuz und quer hier auf. Genau, was ich befürchtet habe. Aber ich gebe ihnen einfach etwas Spielraum. Ich werde die hier hoffentlich dann das hier vernünftig auffüllen. Ich werde die Hinschicken. Ich werde die Hinschicken. Ich werde die Hinschicken. Ich werde die Hinschicken. Ah! Ah! Hier könnte ich auch Schubatz 2 verschieben und gucken, was dabei dadurch passiert. Hier sieht es trotzdem immer noch sehr interessant aus, was sie machen. Steine sind genug da. Wir haben da zum Tunneln. Noch mal eine ordentliche. Also ein ordentliches Stück zum Tunneln. Ich würde das hier eigentlich gerne ausbinden. Brauchen tun wir es ja eh nicht mehr. Weil die Map, die kann man leicht ausblenden, aber die Map, die hätte ich gern noch. Weil da auch unsere Lagerbestände angezeigt werden. Und die Uhr. Ah, hier unten. Die Kristall ausblenden. Also, dass der dauerhaft angezeigt wird, das wäre nicht schlecht gewesen. Naja... Ich bin grad lustig, dass das Ding Score heißt. Und hier ist nirgendwo ein Score. Hier ist einfach nur das Lager. Die Karte. Äh, ja. Aber ja, wenn man es sich von hier aus so ansieht, dann wird das langsam schön was. Die Karte. Untertitelung. BR 2018 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 Oh, sehr schön. Kann ich hier enger ziehen und hier ein paar Striche breiter. Mal gucken, was sie machen dann. Genauso wie hier. Wobei sie hier jetzt langsam das Innere auffüllen. Zum Glück. Wenn auch immer noch ziemlich katastrophal. Mann, Mann. Oh. Entweder hat gerade die Steuerung gehangen oder das war gerade ein Megaleck. Ja, nur nicht der Tag vor dem Abend loben. Ja. 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 Nein. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die machen wieder die seltsamsten Zeichnungen hier rein. Oder um einfach mal ganz weiter nach außen, um die ganze Gemütszustadt hier zu beschreiben. Passt. So. 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 Ziehe ich mal breiter, dass die ihre Steine auch wo unterbringen können. Ich wollte gerade fragen, wie zur Hölle kommen die da hoch? Was machen sie vor allem da oben? Was haben Sie hier? Ich möchte mal die Tonten! Ich bin etwas Blöds! Ich bin etwas Blöds! Ich bin etwas Blöds! Wenn du eine Flödsinn einen Na, einigermaßen. So, jetzt hätte ich gerne noch jemanden, genau, der das auffüllt. Dann können wir... Hier würde ich das so zusammenschieben und weiter aufspannen. Gut. Gut, gut. Was zur Hölle? Die machen echt komische Sachen, ey. Die füllen wenigstens einigermaßen ordentlich, so wie es aussieht. Ich habe nichts gesagt. Ich hätte meine Klappe halten sollen. Gut. Ich würde aber sagen, es ist mal wieder an der Zeit zu speichern. Also Save Override. Und dann machen wir hier erst mal einen Cut. Also, bis gleich.